Dinge, die mich bei meinem Freund etwas stören. Als allererstes dreht er die Heizung jedes Mal wieder ab und ich drehe sie wieder auf, weil mir ist kalt und ihm ist zu warm. Die ganzen Socken von ihm liegen verteilt in der Wohnung rum. Die muss ich dann aufsammeln, weil es triggert mich einfach so hart. Und in der Couch sind sie auch mal gerne. Ja, ich bin ein Pfandflaschenjäger geworden, weil er seine Pfandflaschen nicht wegräumt oder wegbringt. In der Dusche lässt er sein Shampoo und sein Duschgel, ja, stehen. Sein leeres, die Klopapierrolle wird auch nicht in den Müll geschmissen, sondern zur Seite. Und seine Sachen liegen auf dem Wäschekorb und nicht im Wäschekorb. Aber ich bin auch nicht perfekt und ich habe Fehler und ich liebe ihn. Und wir sind verlobt und wollen ja bald heiraten. Ich wollte den Verlobungsring wieder anziehen, weil in der Schwangerschaft hat er nicht mehr gepasst wegen den Wassereinlagerungen und Leute, hä, der passt immer noch nicht. Mann, das macht mich richtig traurig.